Das ist unser Weihnachtszimmer, aber ich bin ja so leicht dabei. Nichts, es wäre kein Ton. Das ist unser Weihnachtszimmer. Zwei Jahre habe ich den Baum gekappt, fach zwölf Euro. Na, Perry, dass Sie nicht lachen, ein oberwetterter Kränke ist das gewesen. Ich bin ein sensibler Mensch. Ich kann nicht zeitlich streiten. Hättest du dir mal ein scheiss Dokument? Ich mag mein Zeug. Nein, du bleibst. Sitze nieder. Wie, aber ich. Ja, nieder sitzen. Das wäre teuer, eine besonder schöne Bank. Nehmen wir eine Selle 0815 mit bunten Kuh. Wie schafft der Baum aus? So, stell dir ein feines Baum. Das ist eine Selle. Das ist eine Selle, mein Lieber. Nächstes Jahr brauchen wir überhaupt keinen Kriegspaar mehr, weil sie los die Weihnachten ausfällen. Das soll ich lieber Weihnachten zu meiner Mama auf Dottelsenka trinken. Weihnachten soll fechter Freude sein. Und jetzt auch soll ein Freudenhaus sein. Das wird da wohl eine Frau angebracht. Bleiben frei, dass der hier doch sein wird. Na, der Dauer wird, Dauer hat dich mit Liebe gehört. Was sind wir, dass du dich mit deiner Frau? Hey, lieber Hubert, unser Gehüte holt Apollonius. Schau, wenn wir dich holten. Hubert, das ist ein ganzer Besonderes wirklich. Ach, du musst ja extra Gehüte aufpassen. Weil, das hat schon den Umfang, wie wir Franz das erste Mal in Welford eine Puzzle geben. Wer hat das denn hinter dem Stück früher geschrien? Lä, Gfütei. In einer großen Stunde, wenn wir Bescherung machen. Der Pfarr steht noch mit dem Schiff da. Ist noch immer mal geschmückt. Und der Herr schritt da mit dem Love and Nice Mama. Ich hab mir gedacht, ich sag's lieber zuerst dir. Weil du zuckst nicht so gleich aus wie der Mama. Ich hab mal geheim gewählt, da muss ich auch werfen, so einen fetzigen Weihnachtstarten. Wer hat sich hierher um zu feiern? Fetzige Weihnachten? Ja, das ist eh leu heim. Das sind die Bozener Batzen. Aha, so schaut's ja raus. Aufgewöhnlicher, auskäxeln, hab schon keiner. Rippisch, Mannisch. Ausleihen, das ist eine genuss zum Tier. So, geht das, Junge? Ja, hast du nicht geprüft dafür? Geprüft, geprüft bin ich wieder einig. So, ich lass es sein. So, ist die Ordnung. Das ist Ordnung. Das ist Ordnung. Das ist Ordnung. So, hol ich gleich. So. 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 der Lüge der Ritterreihe.